ja toni liegt eine m24 jaja oh gott oh gott ich bin zu weit runter gesammt oh gott aber trägt 17 wo liegt die da oben ich komme dann aber gleich und holen wir die wo unten unten halt dürfte halt keine überstunden mehr machen ja das ist das dass das ganz hat knicken dafür sind wir im falschen beruf oder einer falschen abteilung sage ich mal so da ist das ja gewollt über stunden pflicht war sie ist ja schon fast so wie du kommst mir und dann nicht auszahlen ja und auszahlen ist nicht mehr mit den stunden quasi dann ist alles nur noch abfeuern da geht ja auch nicht immer andere wollen ja die stunden dann genauso nehmen in der hinsicht und dann kriegt halt ein an den stunden wenn du so willst also ich habe jetzt nur diese gammel räume gut ich habe nicht mal der waffe ich war in der halle liegt eine m4 m4 und so die andere euch ja schon markiert ach du hast mir markiert mit rot ok kannst du auch einfach ignorieren wenn ich dir was sagen ja ich wusste nicht dass das ein roter ping ist ich habe nur unten verstanden aber ich hatte da noch nicht auf den ping ist geachtet ok eigentlich wollte ich die m24 nicht haben weil ich eigentlich mit dem er spielen wollte aber ok hast du die journal schon durch ja komplett komplett das was ich brauche nicht mitgenommen ja deswegen frage ich ja also schnell groß griffes und gewähr ja was für ein ding mit mp mp hh das war ich am sorry ja shit und happens das ist normalerweise christian job gewesen jetzt ich habe mich nicht vertreten ich habe mich nicht vertreten also wird gescheitert ja hätte ich da und drei weste Linie und auch guck da habe ich doch die tagelauf ja sowas hätte ich auch gern oder es will er ist auch nichts ich schon wieder was ist denn dann los ich weiß, ich habe auch noch nichts mehr gehabt läuft doch nicht weg Jetzt ist er nicht vorgelaufen Ich hätte hinten geschossen Ich brauche so ein gescheites Scope Ja ich komme mal eben bei den Leichen Leichen sind aber auch noch vierer und vierer Sechster wird mir ja schon reichen ach da muss er nicht aber kann auch bei den häusern ist nur einer der Gornix ja hat mich gerade auf mich geschossen der Schweinehund Au da sind zwei Einen knocked Ich glaube du bist ja gerade alleine Bernd oder? Ja ist ja so reingefahren als wenn das nur KIs sind Hinter dem Baum ist einer I thought I didn't Nichts Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bewegt er sich, genau dann Tische ausrüsten Ist er wieder da? Nee, aber in der Ausrüstung verwenden Oh Gott Oh, die Tastenkunde Ah, da werden die Häuser hier schon alle durch, oder was? Ne, Bernd ist noch da am Arsch der Welt Ach, Bernd ist hinten noch Ach, du bist bei mir Ach, du bist bei mir, achso Ich glaube, das sind schon 5 kills, ich weiß nicht, was ihr so macht Die habe ich auch 6 glaube ich Kann auch 5 sein Komm, Hub, 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 Schraube, Einsatz, geflogen Stöße in der Rucksack ist, Snake Boah, bewegt dich nicht so viel Scheiße, falsche Waffe Bist du schon wieder gedrückt? Bist du da jetzt hochgerannt? Der Affe Nee Der ist tot Okay, da oben müssen immer noch Spieler sein Oh, Tone Hello Ach, das ist bei mir noch schon Noch schon Vorne an der ersten Garage Vorsicht, da kommt welche im Wald Ja Sind welche auf dem orangenen Ping Komm schon, halt mal los Keine mehr Oh Es sind ganz schön viele Hadouin Ich werde sterben Ey Stirbs nur einmal Ja Kriegst du jetzt schon hin So Bestimmt 100 mal schießen hier mit der M24 Mit dem 4er Scope Weil ich halt nicht treffe Äh, da kommen noch 2 Mann Alter 3 Oh ja Ich bin da auf dem orangenen Ping Oh, hier vor mir Tony, vor mir Ja, ich seh'n Oh, jetzt habe ich Beide von hinten angeschossen Tony, ist da wieder vorgerannt Tony, ist wie so'n wildes Huhn gerannt Ich komme Frage, habt ihr ein Auto? Ja, ja Sind NPCs, Kanzler Gott, wie scheiße habe ich denn geschossen? Beide geschossen Jetzt rum mich dann wieder Haben wir irgendwie Granaden dabei? Oh 9mm, das ist schon mal gut Haben wir den Scope dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Hab ich da jetzt nicht gesehen Oh, der hier auch nicht, ne? Äh, Zono kommt Ich muss mich heilen Komm, schau, schau, schau Ab ins Auto Tony? Ja, ja, ich bin bei euch Ja, äh, nein, nein, ja Äh, fahren bis Ja, rechts am Putschinki vorbei Also ich sag mal Also in diese Richtung Jetzt kann ich nicht jeden Huckeln bitte Genau, weiter Genau Wir gehen für uns auch gut Ja, zu gelben So, wenn du bestimmt Was du redest Interessiert Und ich rede Trotzdem nicht mehr so Oh So, das nimmt keiner mehr mit Okay Gut gepackt Hier hinten ist die Tür offen Ja, bei mir ist nicht auf die Tür Äh, schalt einfach MP Oh, würd ich Oh, dann blem du ruhig Äh, war ich grad ein langes Sturm? Ja Verdammt Das ist nicht cool Das war so nicht geplant Ich hab ja gesagt Ich wollte mal gucken Wie man Sachen in den Kofferraum packt Weil ich das irgendwie nicht wusste Weil irgendwie Letztens irgendwann Hab ich das mal, glaub ich, getroppt Dann fiel das ganz runter Äh, da ist einer mit dem Gilly Den sehe ich nicht aus dem Fenster Oh, ich bin fast down Oh, ich bin fast down Tony, komm erst ins Haus, bitte Mich wieder Ja, hier die Fenster sind Ja, hier die Fenster sind Ja, hier die Fenster sind Oh, ich bin fast down Ich bin fast tot Ich bin fast tot Da liegt ne neue Rüstung Oder so, muss man gucken Oh Der ist tot Hier kommt was, oder? Oben, oben auf dem Berg Oben auf dem Berg 60 Zane Wer's knocked Ah, da ist noch einer Ist aber KE Wenn ich mich mit dem Gilly Hattest du komplett getötet, oder? Nee, ich nicht Irgendwer anders Von links Ah, okay Okay, das reicht ja Holy, da hab ich nicht getroffen Den hab ich auch nicht getroffen Was mach ich denn hier? Nicht treffen Auf jeden Fall Enemores Rennt ihr hier? Nein Also ich laufe hinter dir Ja, ich hab gewusst, dass er Dass die KI mit der Reichertsabgelt Ich glaub, die KI ist tot Oh, fuck Ja, von da kommen Schüsse Aber ich seh's nicht Oh mein Gott Geht doch Wenn die da oben, die Spieler Können wir das pingen Wo denn? Wer ist wo? Oh, hier Links Nimm mir Warte, aber den mach ich Okay, vielleicht hätte ich die MP Vorher Dauerfeuer stellen sollen Alter, warum treffe ich den denn nicht? Da hinten ist auch noch einer MPC, aber ich treffe ihn nicht Genau, das kann sein, dass Ja, aber das kann sein, dass Ähm Dann die Diese Blut Blutspritzeanimation nicht mehr kommt Weil der zu weit weg ist Ich hab den nicht getroffen Also Einfach nicht wirklich nicht getroffen Okay Na, sie juckt Sehr gut 9mm Ich glaub, wieso Ah, jetzt rennt der Okay Wir müssen ein bisschen rennen Ja, das ist das Auto Genau Welches Auto Wir haben ja unser Auto Ja, Entschuldigung Ich vergaß Wenn ihr mit rechts neben uns Siehst du ihn? Oh ja Ja Nice Teamwork Ja man, jeder darf mal Durft auch jeder einmal drauf So Oh, ich hab den Assist gekriegt Da hinten kommt noch was, ne? Also wenn da gleich irgendwie ein West oder sowas drin wäre Die würde ich gerne nehmen Weil Ich hab nur eine Einser Und weil da war schon einer dran Du bist beschossen Das hab ich auch gemerkt Ich weiß nicht, ob das von hinten war Ne, da hinten aus dem Wald Ich werd von zwei Seiten beschossen Irgendwie Ja Ja, von gerade aus Kriegt ihr mit, ne? Oh, fuck Ja, aber ich weiß nicht von wo da Die schießen auf mich Irgendwas ist vor mir Ich komm zu dir gelaufen Ist das einer? Das ist keiner Ja Ja, hinterm Stein Ich muss höher zählen, wa? Oh, ich hab getroffen, alter Du? Ja Das ist ja meine Kugel Wir müssen trotzdem weiter Ich weiß nicht von wo ich beschossen bin Von links ist auch noch Und vom Gebäude Oh, von links Der ist nocked, der ist nocked Der ist nocked Du kannst Bernd wieder Von Ne, ne, ne Der aus der Halle schießt einer auf mich Ja, den hat Toni getroffen, oder? Ah, ich kann von woanders Von woanders Ich bin auch nocked Vom Feld Er ist immer noch oben Oh, alter Ja, ich werd hier jetzt gefinisht So Ich kann euch nicht holen Toni, der, ähm Der Halle, der war Also mich trifft er nicht so richtig Mich trifft er grad nicht Das Problem ist, ich kann dich da nicht wiederbeleben Der Busch nicht Das Problem ist, ich muss ja zu dir hinkommen Alter, ja, ich bin aber kurz vor Tod Und hinten kommt auch noch einer Ich bin halt kurz vor Tod, ne Gleich kommt die Zone da bis Ja, wann Was soll ich denn machen, Toni? Probieren? Weiß ich nicht Äh, wenn nicht, dann bist du gleich alleine Weil du kannst es nicht wiederholen danach Ne Ich bin gleich tot Ja, ich Weil soll ich Ah Er schießt doch schon wieder auf mich Ja, okay, dann bleib da Da bleiben ist auch ne schlechte Option Jetzt bin ich auf jeden Fall tot Gleich Also mich hat er hier hinten nicht getroffen In den Büschen Äh, äh, mich trifft er dafür ganz viel gut Ich habe noch einen Störrucksack Ja, aber der ist noch leer Das ist das Problem Vielleicht hast du hier noch einen drin Von eigentlichem Zweierteam, ne Ja Und aber einen Schalldämpfer Da kommt er noch Ist hinter der Wand Safe hinter der Wand Er wartet auf dich So, zwei Gegner War das der schon in der Wand ist? Ja, links hinterm Container Er hat sich bewegt Da Anbauer Ja, da kommt er hinten rein Glaub ich, oder? Wenn du nach links raus gehst Hast du mehr Chancen Nach links und hoch rennen Und dann hinter dem Turm ein bisschen verstecken Ja, der andere könnte sich besnipern Oh, er snipe auf dich Nice Oh, jetzt bist du aber tot Hoser, hoser Da, da, da Immer eine Linie Nice So Oh, er hat so einen Nachteil Der muss laufen Ja Da ist erstmal hochheilen Genau, wichtig, wichtig Guck mal ein bisschen über die linke Schulter So ein bisschen Also, dass du ein bisschen da links drehst Dass er über dich sehen kann Ja, ich sehe ihn, ja Achso Der ist ja oben am Baum An dem Du siehst ja den Drop Und da ist der Baum rechts darüber Ja Und da guckt er so ganz leicht links rüber Achso Er muss laufen Nimmst du die Distanzwaffe auf dem Stück? Ich glaube ja Der wartet ja nur, ne? Richtig Der wartet nur, dass ich links oder rechts gucke Ja Immer mal lieber einen Schritt zurück Immer einen Blick halten Nicht aus dem Blick lassen Weil dann hast du Gleich keine Ahnung mehr Ja, genau Hat er versucht Er wollte vermutlich eine Rauchgranate werden Jetzt kannst du in Scope und rechts eben Scheiße, okay Jetzt musst du auf die Kiste eben Der muss da los Der muss da weg Bleib im Scope Der muss da weg Der läuft links davon Links weg Links weg Links weg Weiter 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 Oh Der läuft da links Der läuft hinterm Baum jetzt Siehst du, warum siehst du ihn nicht? Ich sehe ihn Rechts Welches links habt ihr denn bitteschön wieder? Der war gerade eben links Auf jeden Fall Achso, dann ist er im Fluss vom Baum gelaufen Dann ist er da anders wieder Der ist jetzt hier direkt vor dem Baum Ja, wenn ich die Seite gucke Guck, andere Seite Was ist denn da, Alter? Ich verwirre die What? Nice Du hast dich selbst verwirrt, oder? So ein bisschen Ich hab das extra gemacht Damit er nicht mehr weiß, zu welcher Seite ich hier weggucke Aber dass er gerade eben Eigentlich ist er von dir aus nach links gelaufen Ja, das hab ich auch gesehen Genau, wie er wieder nach rechts gegangen ist Keine Ahnung Aber du warst doch mit dem Scope im Baum Wahrscheinlich, weil du dann so weit nach rechts Genau Du hast doch wahrscheinlich so weit nach rechts geguckt Und dann in dem Augenblick ist er dann wahrscheinlich In der Flucht vom Baum runtergelaufen Richtig Irgendwie so Also das Und er war noch im Scope und hat auf den Baum gescopt Dann ist er in der Zeit wahrscheinlich zur anderen Seite gerannt Das kann's gewesen sein Ja Egal Noch schön geholt Okay Euer Internet ist heute von beiden nicht das Beste Vielleicht liegt es auch an dir Ich hab einfach nicht getroffen Ja, bei mir ist gut Sonst würdet ihr mich ja auch so hören Ja, hast du aber gut getroffen Also mit deinem Perl Die höre ich gerade auch so krummelt Die höre ich gerade aber auch so krummelt Ich dich aber auch Ich höre es auch nicht Ich hier Mach noch hier Komplimente Komplimente Und Ja Nice Nice